So, wo wollte ich jetzt denn erstmal da runter? Ich muss das ja da reinschmeißen, so. Genau, und der kriegt die hier, zack und zack. Ja, haben wir schon 31, immerhin, äh, Holzklingen wollte der noch, ne? Habe ich, habe ich natürlich auf den Boden geschmissen, ja, ja, da liegen sie am besten. So, haben wir das auch voll, Düngemittel, Öl auch nochmal 40, so, dann fehlen eigentlich nur noch die. Was ich aber nochmal gucken kann, ist, was ich hier wieder freischalten kann. Was hat denn da noch gefehlt? Einmal Düngemittel, das kriegen wir hin, Rinde und das kriegen wir auch hin, den kriegen wir hin, kriegen wir nicht hin, den kriegen wir hin. Ich muss gucken, wo ich Quarz herkriege. Ich gehe mal kurz. Ich bin jetzt mal so mutig. Ja, Platz haben wir. So ohne alles, ohne Verteidigung, einfach mal das dunkle Gebiet. Ich vermute mal, dass ich dort Quarz finden werde. Habe ich? Ja, guck mal hier, die habe ich dabei. Die können dann zur Not was abbauen. So, hier oben wird es dunkel. Hier, da komme ich, da komme ich nicht hoch. Hier hinten vielleicht? Komme ich hinten irgendwo rein? Ja, hier sieht es dann auch aus. Ich glaube, da, das könnte doch so Quarzding sein. Da haben wir den Furzer wieder. So. Könnt ihr das abbauen? Ne. Damit können die nichts anfangen. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum ich manche Sachen nicht abbau. bauen kann. Er ist bestimmt auch nicht unbedingt chillig drauf, ne? Ne, die sind nicht so chillig. Lauft mal lieber, meine Freunde, lauft mal lieber. Zum Quarz komme ich aber auch gar nicht hoch, ne? Irgendwie. Wie es aussieht. Oh, das ist hier voll der Irrgarten, wo ich irgendwie so Wege noch... Oh Gott. So riesen Dingens da oben. Da komme ich nicht hoch. Ist zu hoch für mich. Hm. Irgendwie muss ich doch da rankommen. Was habe ich da eigentlich wieder? Ah ja, Rinde. Okay. Wunderfein. Ich weiß nicht. Wie könnte ich in Quarz kommen? Also ich vermute mal, dass diese Steine da oben, dass irgendwas... Dass das hier irgendwie was ist, die Richtung, oder? Einsammeln. Ja, schön. Aber erstmal hinkommen. Darfst du nicht? Ja, das Spiel... Weigert mir das. Oh oh. Geh doch mal weg. Aber irgendwie muss es doch da hoch gehen. Und warum haben wir hier so Pupssteine? Die Furzen da nur so vor sich hin und machen nix. Springen doch. Ja. Ich kann nicht. Haben kaputtes Knie. Felsbrücken. Das kriege ich da raus, wenn ich den jetzt kaputt mache? Stein. Wow. Also ich vermute mal, so wie das für mich hier aussieht, müssen wir erst... Irgendetwas freischalten, dass wir hier hochkommen. Irgendwas zum Klettern. Stellt sich mir halt nur die Frage, wo kriege ich Quarz her? Ja. Ja. Ich gebe jetzt mal das andere Zeug ab. Die Baumrinde. Den... Den, ähm... Maitröter-Panzer. Und... Ich weiß gar nicht, was war es noch? Ich glaube, das war alles, ne? Äh, und Düngemittel, genau. Vielleicht kriege ich ja dann schon irgendwas, was mir weiterhilft. Beziehungsweise, wenn ich dann die Quests von den Dorfbewohnern, ähm, erledigt habe. Vielleicht kriege ich dann irgendwas. Eine antike Truhe. Kannst du da was machen? Ne. Können wir nichts machen an dem Ding. Hm. Ich glaube, das war kein Stein. Stein. Es war Stein. Steiniger Stein. Der böse Maitröter. Die können gar nichts außer laufen und Sachen tragen. Ja, aktuell nicht. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Also, ich meine, die, die machen eh nur das, was ich mache. Quasi, die wackeln mir hinterher und... Jo. Aber vielleicht kann ich ja bald klettern. Ich meine, die hüpfen dann einfach hinterher bestimmt. Würde ich mal behaupten. So. Die packen wir mal wieder da oben rein. Die Schwerter brauche ich auch nicht mehr. Den einen links, da schmeißen wir da auch mal rein. Die Steine schmeißen wir da auch gerade mal rein. So, haben wir hier schon ein bisschen mehr Platz. Wie sieht es mit denen aus? Hast du wieder drei Stück gemacht? Wunderbar. Ich bin stolz auf dich. Ähm, woran mangelt es denn die ganze Zeit an Brettern? Es kommen einfach keine Bretter an hier. Weil schon wieder Stau ist. Sag mal, wollt ihr mich denn eigentlich... Ich muss das umbauen. Ich muss das umbauen. Ähm, komm mal her. 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 Ich ziehe die jetzt erstmal wieder alle ab kurz. Dann baue ich das mal vernünftig. Das staut sich hier zu sehr. So. Ahnen wollen wir mal. Ah. Das kann mal weg. Das kann mal weg. Das kann mal weg. Ähm. Das muss mal anders gebaut werden. Und zwar, der Weg muss länger werden. So. Ich glaube, hier war einfach... Äh, das war einfach zu sehr gequetscht mit dem Abholen. Da hier Kreuzungen. Und das war einfach zu sehr... So haben sie jetzt ein bisschen mehr... Laufweg. Das sollte, glaube ich, reichen. Ich glaube mal zumindest, dass es daran lag. So. Und den lasse ich jetzt erstmal weg hier. Das, äh... Die Fässer. Oh. Das gibt wieder einen Stau. Ich seh das schon. Aber ich hab ne Idee. Mal. Ähm. Ne. Dafür ist zu kurz. Shit. Ah. Da müsste ich jetzt noch eins weiter runter sitzen. Ne. Muss ich. Muss ich. Muss ich. Muss ich. Muss ich. Muss ich. Ne. Muss ich. 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 So. Jetzt haben sie so einen kleinen Rundlauf. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Laufweg. So. So. Und so einen kleinen Rundlauf hier. Da. Sollte das hinhauen. Ach. Du meinst ich sollte die da hoch werfen vielleicht. Gar nicht so doof die Idee. Ja. Könnte sogar hinhauen. Es wäre ein Bereich des Möglichen. Äh. Das was wir versuchen ist gerade mal schnell. Vielleicht klappt das ja wirklich. Vielleicht kann ich die ja wirklich irgendwie hoch werfen. dann. Ja. Dann wieder ein Maitröter. Gut zu wissen. Muss er noch zwei von dem platt machen. So. So. Hier komme ich nicht hoch. Da haben wir. Aber das ist ein bisschen weit hinten. Aber das ist ein bisschen weit hinten. Ist auch so weit hinten. Dann. Ich hätte gerne was was vorne an der Kante irgendwie so ein bisschen ist. Hier. Ja. Ah. Ist eigentlich auch blöd. Ah. Wir gucken einfach mal. Ne. Also ich kann so runter werfen aber nicht hoch. auch. Ne. Klappt nicht. Aber die Idee war gut. Ja. Naja. Jetzt gebe ich erstmal das Zeug ab was ich habe. Oh. Und guck mal. Also ich werde ja irgendwas freischalten. Also. Gehe ich doch schwer von aus. Was ist das eigentlich? Kann ich das eigentlich auch abbauen? Das sehe ich immer nur. Ne. Da baut du einen Stein ab ne. Da mach dir nix ne. Da mach dir nix ne. Treppen bauen. Ne. 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 keine treppen bauen das habe ich hier schon wieder freigeschaltet oder neues ich weiß nicht was hab ich da nix dann halt nicht dann halt nicht spiel dann schmoll doch egal vielleicht schalt es noch sachen mit den anderen meilensteinen frei das glaube ich auch also ich denke mal dass das in die richtung laufen würde deswegen jetzt gebe ich erstmal hier ein paar sachen ab und dann schauen wir mal einmal dünger rinde und das kann ich auch freischalten ja da fehlt mal der quarz die beiden hätte ich ja maschinenreichweite 3 jetzt habe ich jetzt mit den anderen freigeschaltet sehe ich das auch hier irgendwo inventar upgrade 1 schatz zu sehen reihe persönliche inventar frei das ist ok ok kann ich mir die dinge angucken statistiken alles an pin hier ok das könnte später vielleicht interessant werden damit das könnte wirklich ganz interessant werden so was kriege ich denn als belohnung von dem vogel hier da kann ich dann die klumpen herstellen da kriege ich als belohnung dass ich die anderen dann auch herstellen kann bei mir im dorf also in meiner fabrik dann und bei der kriege ich belohnung gar keine dieser würde undankbar auch nett kann man ja auch machen einfach mal nur verlangen und nix geben hier hinten hat er auch keinen auftrag mehr nö 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 ja teleport geht ja nur wenn wenn die befeuert werden das fehlt mir aktuell noch ein bisschen dann